Es tut mir leid, dass ich gerade so unhefflich zu dir gewesen bin. Und es sieht so aus, als würde ich eine Weile hierbleiben, bis euer furchtlose Anführer zurückkehrt. Und wenn du willst, ich glaube, es wäre unterhaltsam, dir das Hirn rauszuficken. Ich könnte mich dann zu 50% besser in dich reinversetzen. Meine ja nur... Fuck off! Hm? 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 Hm?